Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Neumond-Orakel am 11. Mai 2021. Wir sind ja mitten in den Portal-Tagen und ich finde, dass diese Energien von deinen Portal-Tagen ordentlich stark am Einschwingen sind und gleichzeitig dazu haben wir auch noch einen Neumond und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier die Energie zeigen möchte, welche Entwicklungsfelder es hier für uns gibt und was wir anschauen dürfen, was jetzt hier während des Neumondes oder durch den Neumond in Heilung beziehungsweise auch in Bewusstwerdung kommen darf, damit Transformation geschehen kann. Ja, lass uns doch gleich in die Karten starten und schauen, was ist das Thema, worum geht es denn da in diesem Neumond im Mai. Und hier kommt der Engel für göttliche Kraft. Mit deiner Hilfe komme ich in die göttliche Kraft. Ich sehe, dass Kraft ein sehr großes Thema für dich ist und noch sein wird, wo du ganz und gar dein Wesen, die Kraft deines Ichs, ganz und gar ausdehnen und auch leben darfst. Es geht um ein Erwachen, um ein wirkliches, tiefgründiges Erwachen hin zu deiner Identität, hin zu deiner Persönlichkeit, wo du ganz und gar dich selbst sein darfst und auch kannst und auch sollst, verbunden mit einer großen Verantwortung in dem Wirkungsfeld, in dem du stehen wirst. Ich sehe, dass hier Veränderungen auf dich zukommen werden, vielleicht auch Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, die du treffen wirst und auch musst. Und da spendet dir der Engel für göttliche Kraft sehr viel positive Energie. Er ist da für dich in Liebe, dass du deinen Weg gehst, dass du mit aufrechter Haltung deinen Weg gehst und in Würde deinen Weg gehst. Und dass du mit dem, was dir gegeben wird, was dir geschenkt wird, dass du das alles annehmen kannst und zu dem stehen kannst, was du bist, wer du bist. Und ich spüre hier, dass nochmals eine Identitätsfrage bei dir aufkommen könnte, wer bist du wirklich? Und dass damit verbunden auch ganz viele Selbstbilder, selbst kreierte Idealbilder vielleicht auch von dir, dass die so wie weggesprengt werden, um einem neuen Bild von dir selbst gerecht werden zu können. Und dieses neue Bild von dir selbst ist nicht einmal unbedingt sehr konkret. Es geht nicht darum, hier ein Bild zu malen, sondern es geht vielmehr darum, dass deine seelische Energie, die ja sowieso auch einen gewissen energetischen Abdruck trägt, zum Tragen kommen kann. Und dass du gut entscheiden kannst, wann du einen Anteil von deinem Selbst, von deinem Ich, zurückstellen kannst, um dem Wirken und dem Können deiner Seele Raum zu geben und hier ganz und gar in ein Wachstum zu kommen. Der Engel für göttliche Kraft ermutigt dich dazu, dass du diese Schritte gehst, dass du es dir zugestehst und auch getraust, deiner Seele wirklich auch Führung zu geben oder ihr die Führung zu überlassen und weniger du mit deinem kleinen Ich oder mit dem Ego den Anspruch erhebst zu führen. Es geht also darum, dass der kleine Wille vom Ich gematcht wird mit dem höheren Willen deiner Seele. Und wenn dieser Match stattfindet und es da wirklich einen Resonanzschlag gibt, so kann ich sehen und spüren, dass du wirklich dann in deine tatsächliche Kraft und auch in deine neue Identität sozusagen kommen wirst und auch mit einer gewissen Portion Durchsetzungskraft, aber auch Klarheit deinen Weg bestimmt voranschreiten wirst. Und das ist wirklich mega toll. Es geht also hier um die Harmonisierung dieser Energien, die hier im Universum wirken, von deinen seelischen Kräften mit den Kräften des Ichs. Und es geht auch darum, ganz gut zu unterscheiden, was kommt aus deinem Ich und was kommt aus der höheren Führung. Und kannst du dich dieser höheren Führung, dem Weg deiner Seele, gänzlich hingeben und dich führen lassen? Oder kannst du die Zügel nicht aus den Händen geben? Und wirst dann dabei vielleicht möglicherweise ein bisschen verbissen und hältst deswegen vielleicht auch am Alten fest. Also ich spüre hier auch, möchte ein Loslassprozess für dich entstehen, der dich einerseits in eine tiefe Entspannung führen kann und auch soll, weil du es schaffen wirst, loszulassen von den Ansprüchen mit deinem kleinen Ego-Ich alles erledigen zu wollen, was eine Unmenge an Kraft erfordert und du so eigentlich gar nicht die Kräfte zur Verfügung hast. Wenn du dich aber ganz und gar in die göttliche Blaupause deiner Seele stellst, wirst du aufgeladen werden mit all den Energien, die du brauchst, um deinen Lebensauftrag zu vollziehen. Und dann ist es auch nicht mehr ein Kraftakt des Ichs oder des Egos, sondern es kommt wirklich aus den tiefsten Tiefen deiner Seele und manifestiert sich über ein ganz klares, inneres, bestimmtes Gefühl über dein Unterbewusstsein in dein Bewusstsein hinein. Und dann ist es kein Kraftakt mehr, dann ist es ein Spiel, dann ist es ein Tanz, völlig leicht und frei, federnd, schwingend, ohne Bemühung, sondern einfach im reinen Sein. Und das hier könnte ich momentan vielleicht noch ein bisschen so anmuten, wie als wäre es so ein bisschen eine Prügelei oder eine Anstrengung, weil du es eben mit deiner Willenskraft zu führen oder zu lenken versuchst. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du wahrhaftige Kraft schöpfst, die aus deinem Wurzelchakra kommt, die auch aus den unteren Chakren kommt und die aber dem höheren Wohl, letztendlich auch dem Wohl deiner Seele, wirklich und wahrhaftig dient. Und wir schauen, was da in deinen Gedanken liegt dazu. Und hier haben wir schon den Ritter der Schwerter. Und der Ritter der Schwerter, der kommt hier ziemlich schnell, zügig, vielleicht auch ein bisschen scharf auf dich zu und sticht hier mal einmal, sticht dich mal einmal. Und dieses Zustechen, dieses vielleicht auch ein wenig barsche, scharfe Zustechen kann auf der Ebene der Kommunikation erfolgen. Es kann sein, dass hier Themen an die Oberfläche kommen, wo du so ein bisschen einen Anschiss bekommst, einen Zusammenschiss, oder wo man dich ein bisschen maßregelt oder quält oder auch dich so ein bisschen beim Namen nennt, um die Sache richtig zu stellen. Es hat hier so ein bisschen mit einer unfreundlichen Energie zu tun, die nicht wirklich aus der reinen Liebe kommt, aber die notwendig ist, um gewisse Missstände, die hier vielleicht in einem System oder in einem Energiefeld vorhanden sind, zu klären. Es geht um Klarheit, es geht um relativ schnelle und zügige Klarheit, die hier in den Vordergrund treten wird. Und da kann es auch sein, dass es den einen oder die andere da ein wenig aus den Schuhen pusten wird, weil da schon ganz schön ordentlich viel Wind aufkommen wird. Und das ist nicht immer nur sehr freundlich und angenehm. Es kann wirklich auch ein bisschen spitz zu und her gehen. Und es kann auch sein, dass eben genau, weil es darum geht, dass du in deine wirkliche Kraft, in deine Seinskraft kommen darfst, deswegen auch hier ein völlig neues Niveau an Energie dir gegeben wird, damit du erkennen kannst, welche Dinge sind bisher in deinem Leben nicht so in eine gute Richtung gegangen, hatten vielleicht nicht so die ideale Führung gehabt und müssen nun umplatziert werden. Also es kommt mir so ein bisschen vor, wie das Universum greift ein und sagt, No, das ist der falsche Weg, du musst es anders machen, du musst die Spur anders lenken, du musst eine andere Richtung einschlagen mit dem Ritter, das Schwert hat. Und manchmal kann das auch relativ heftig erfolgen, auch im Sinne einer Resonanz, weil hier Energien abgegeben werden müssen, die eben genau in Resonanz schlagen müssen mit deiner falschen Richtung, damit du die Kurve noch bekommen kannst. Und das kann manchmal ganz schön unangenehm sein, weil wir erst dann bemerken, dass wir hier irgendwie so ein bisschen einen falschen Pfad genommen haben oder eine falsche Energie eingekehrt ist, die irgendwie nicht so dazu passt. Und dann entsteht ein Resonanzfeld mit den äußeren Energien, die dann ordentlich schnell durchpustet hier, wie mit dem Ritter der Schwerter, und die ganze Sache geklärt haben will. Wir schauen, was es mit deinen Gefühlen tut hier. Und hier haben wir den neuen Stäbemann. Und der neuen Stäbemann zeigt uns ganz klar, du bist nicht in deiner Kraft. Es geht hier noch um ein Thema, wo du dich unzulänglich, klein, dick und doof fühlst. Ja, ich kann es gar nicht anders formulieren, denn dieser neuen Stäbemann fühlt sich ewig klein und unzulänglich. Er hat das Gefühl, er wäre nicht gut genug. Gut genug für den Mann, der hier steht. Gut genug fürs Leben. Gut genug fürs Sein. Gut genug fürs Atmen. Gut genug für sich selbst. Es geht um ein Thema des Selbstwertes. Es geht aber auch um ein Thema der tiefen, tiefen Selbstliebe. Ich sehe, dass hier noch Wunden vorhanden sind, dass hier noch Schmerzen vorhanden sind und vor allem auch Minderwertigkeitsgefühle, die irgendwo noch in deinem System ruhen und darauf warten, dass sie angeschaut, anerkannt, ja, das ist auch so wichtig, dass sie anerkannt werden dürfen von dir, durch Liebe, durch Selbstliebe, durch Selbstmitgefühl, wo du dich ganz und gar annehmen darfst in Liebe und auch in Güte und auch akzeptieren darfst für das, dass du das Gefühl hast, du wärst nicht zulänglich für irgendein Thema. Und dieses Thema möchte hier auch eben genau relativ barsch und auch fast ein wenig unfreundlich mit dem Ritter der Schwerter angeschaut werden. Der sticht zu, ja, wenn es denn sein muss, der sticht noch mal ganz und gar zu hier in diese alten Wunden, in diese Themen, wo du dich vielleicht verletzt fühlst oder wo du Verletzungen erfahren hast, damit du eben einen Release hier in deine göttliche Kraft finden kannst, damit du diese Altlasten der Vergangenheit, des Gefühls unzulänglich zu sein, klein zu sein, dumm zu sein, doof zu sein, nicht genügen zu können und so weiter, ja, dass du das auf liebevolle Weise anschauen, in den Arm nehmen und loslassen darfst. Und für alle Selbstverleugner, für alle Selbstverleugner, ihr seid geliebt, ihr genügt vollkommen, ja, ihr genügt vollkommen. Und alle, die die Nicht-Selbstverleugnung haben, die kennen diese Muster natürlich auch. Also ich meine, ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh nein, ich bin ja nur so ein kleines Licht. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob wir das aus einer Perspektive des Demuts sagen, oder der Demut sagen, oder ob es etwas ist, wo wir uns einfach auf unnötige Weise falsch klein machen und unser Licht unter den Scheffel stellen. Und ich sehe und spüre für dich, dass du mit dem Engel der göttlichen Kraft sehr viel Energie und auch Licht bekommst, vielleicht auch eben genau auch genährt aus einer gewissen ruppigen Energie heraus, diese Resonanzschwingung bekommst, um diesen Anteil von Nicht-Genügen auf liebevolle Weise lösen darfst, auf liebevolle Weise transformieren darfst und dass du anerkennen darfst, dass du genügst, dass du vollkommen richtig bist mit deinem Sein, ja. Du hast Anspruch, atmen zu dürfen. Ja, das ist ja manchmal auch so. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man mit gewissen Menschen zusammen ist, wenn gerade dieses Muster aktiv, so wie auch passiv, sich in uns gerade wieder mal so manifestiert und abläuft, da hat man doch manchmal das Gefühl, ich darf nicht atmen, ich darf nicht sein, es gibt keinen Platz für mich. Und das hat ganz viel mit Zurückweisung zu tun, die wir erfahren haben, vielleicht auch als Kind, als junger Mensch. Und diese Wunde ist noch nicht ausgeheilt. Und diese Wunde bekommt nun enorm viel Kraft, von diesem Engel da Kraft, enorm viel Überlebenskraft, Überlebenswillen, denn diese alte Wunde triggert in uns auch so ein bisschen ein Gefühl von Kraftlosigkeit, ja. Also, dass wir das Gefühl haben, es ist so anstrengend, es ist ein Kraftakt, das Sein. Und schau sehr gerne auch in das Portal-Tags-Oratel, denn da liegen auch die zehn Stäbe. Und die zehn Stäbe, die sagen uns, ja, gerade auch eben, weil wir das Gefühl haben, wir sind unzulänglich, wir genügen nicht, übernehmen wir sehr gerne auch Verantwortlichkeiten für andere, um dieses Thema zu kompensieren oder zu beschwichtigen, damit wir bloß nicht in diese Kälte oder in dieses unangenehme Gefühl fallen könnten und fühlen müssten, dass wir uns unzulänglich, wertlos, klein und dumm fühlen. Und das zeigt ja eigentlich schon ein bisschen einen Teufelskreis an, der hier eben genau mit all dieser Liebe, der dieser Engel mitbringt, die dieser Engel mitbringt, der Engel für die göttliche Kraft, uns energetisieren und auch nähren möchte, damit wir ganz und gar in ein neues Selbstbewusstsein kommen können. Und das meine ich eigentlich mit diesem energetischen Bild von dir. Also es geht nicht darum, dass du dich jetzt als totale irgendwie Person ausmalst in der Zukunft. Natürlich kann es das im Einzelfall auch sein, aber es geht mehr darum, dass du lernen darfst, den Raum einzunehmen, der dir zusteht. Dass du energetisch über diesen momentanen Horizont hinauswachsen kannst, wo du jetzt stehst, um in deine volle Größe und um in deine volle Ganzheit zu kommen und diese auch leben zu können. Denn du hast möglicherweise auch eine Verantwortung dafür, einerseits für dich selbst in deine Kraft zu kommen und andererseits auch Verantwortung zu übernehmen für dich und somit und immer wenn du Verantwortung für dich übernimmst, übernimmst du oder wird dir auch Verantwortung geschenkt für andere, dass du da ganz und gar in dieses Energiefeld treten kannst. Und sonst bewegst du dich immer so ein bisschen in einem kleinen Raum, in einem kleinen Rahmen und dein Wirkungsfeld ist klein, ja, was auch immer klein bedeutet, wenn wir von Mengenangaben sprechen, es ist der Anteil in Portionen, wenn wir von einer kleinen Menge sprechen und es geht darum, in eine größere Menge hineintreten zu können und dort wirklich dein Licht leuchten zu lassen, ja, dir zu erlauben, dass du strahlen darfst, dass du groß sein darfst und das ist ja bei vielen von uns mit ganz vielen Schamgefühlen konnotiert, mit vielleicht auch so ein bisschen Schuldgefühlen, denn es ist ja unpopulär, ja, wer sich zeigt, wer prominent wird, prominent sich zeigt, auf den zeigen dir dann alle Finger und über den wird auch gerne gelästert, also das sind ganz viele Themen auch vom Selbstwert, die da dran geknüpft sind, die von unten her, also wirklich vom Wurzelchakra her, mit ganz viel Energie gekräftigt werden möchten, einerseits, aber auch mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz stabilisiert werden möchten, dass du es dir eben zugestehst und auch getraust, diese Form, deine Form, vielleicht auch deine neue Identität ganz und gar anzunehmen und das ist ein Prozess, es ist ein Prozess, dich aus dieser Schamecke hinaus bewegen zu können in die Richtung des Zimmers, in die Zimmermitte und von dort aus zu strahlen und das hat nichts mit, da wird ja eben immer sehr schnell gespottet, das hat nichts mit, mit im Sinne von, ich möchte in der Mitte stehen und ich brauche die Aufmerksamkeit an anderen zu tun, vielleicht schon, aber das ist nur ein ganz kleiner Anteil, sondern vielmehr für mich mit Verantwortung und mit Vorbildfunktion und die Vorbildfunktion, das ist der Weg aus der Schamecke, den du gehen wirst, in die Mitte des Zimmers, auf die Bühne des Lebens und dass du mit all dem, was auf dich geschossen wird während dem Weg, den du gehst, wenn da Tomaten geworfen werden, faule Eier, Salate, ja du weißt schon, da wird gespottet, wenn sich jemand anfängt zu bewegen, weil das ein Teil der Prüfung ist, weil das ein Teil der Transformation ist, wo du geprüft wirst, bleibst du dir selber treu oder verleugnest du dich selbst wieder, machst du dich wieder klein, nur damit es den anderen passt, nein, denn mit dem Engel der Kraft wird dir auch die Kraft gegeben, damit du dich fortbewegst, aus, raus aus der Schamecke, rein ins Vergnügen, rein in deine wahre Größe und das letztendlich, meine Liebe, mein Lieber, ist ein Weg des Vorbildes, ein Weg der Selbstverantwortung, ein Weg, der in die Würde führen wird, in die Selbstwürde letztendlich auch und der auch sehr viel Mut bedarf, weil du lernen musst, darfst, wirst, zu dir zu stehen und auf dich zu hören und nicht auf halbem Wege wieder kehrt um zu machen und zurück in die Komfortzone zu gehen, nein, das geht hier mit diesem Neumond nicht mehr, es ist Transformation angesagt, es ist Wachstum angesagt, es wird von dir verlangt, dass du dich bewegst und zwar außerhalb deiner Komfortzone, ja, denn dieser Neunstäbemann, da kann auch ein wenig gemütlich werden, ja, also wir sind uns ja auch schon sehr gewohnt und merken es gar nicht mehr, dass wir hier gewisse Wunden und Verletzungen mit uns herumtragen, die jetzt nun eigentlich endlich auch durch einen Akt der Gnade bereit sind und bereit werden, Öffnung zu erfahren, das ist hier wie mit dem Ritter der Schwerter, der sticht nochmals richtig zu, öffnet hier diesen Verband, damit wirklich Wundheilung stattfinden kann und Wundheilung kann so spitz sein, da kann wirklich nochmals so, können alte Themen, alte Muster getriggert werden, um in eine Heilung und auch in eine Öffnung zu kommen. Ja, wir gucken, wie das weitergeht in deinem äußeren Umfeld und hier sehen wir die neunter Kelche und mit der neunter Kelche sehen wir auch, es kommt Selbstzufriedenheit zu dir, also du kannst eigentlich zufrieden sein mit dem, was du hast, mit dem, wer du bist und auch mit all dem, was du bisher erreicht hast. Ich sehe aber auch mit dieser Karte da neunter Kelche, dass es hier aber immer noch so ein bisschen ein Prozess ist, den du alleine mit dir ausmachst. Ich sehe hier noch nicht das große Bild, welches für dich entstehen könnte, denn es scheint mir hier noch in einem Wachstum zu sein, wo du noch in die Verbindung treten darfst oder auch noch wirst mit und zu anderen Menschen. Ich habe das Gefühl, dass hier, was in diesem Neumond-Prozess abläuft, ist ein Prozess deiner eigenen Inneschau, wo du mit dir selbst wieder zufrieden werden darfst und auch wirst mit dem neuen Kelchemann, wo es dir gut gehen darf und wo du spüren kannst, ja, doch, ich bin auf dem richtigen Weg, es fühlt sich gut an. Aber es ist noch keine Außenwirkung erzielt worden, denn diese Wundheilung braucht Zeit, diese Energetisierung, diese Kräftigung deines Wurzelchakras, damit du Mut bekommst, deinen Weg zu gehen und dich selbst zu ermächtigen, um wirklich in diese Zimmermitte hineinzustehen und dich zu zeigen. Dieser Weg braucht noch weitere Energien und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen niederschlagen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei dir weiterentwickeln wird. Und es ist ein Prozess, es braucht noch Zeit, lass dir Zeit. Wir schauen, was die Mondkarte dir dabei noch sagen möchte. Hier zeigt es uns den abnehmenden Mond, sieh das Licht, Licht weicht, um dem Dunklen in dir Raum zu geben und das Dunkle wird erhellt, um dich in den unendlichen Raum der Ganzheit einzuweben. Ja, ich sehe, dass du hier ein wenig auf dich selbst gestellt wirst und auf dich selbst gestellt zu sein, ist ja etwas sehr Schönes, weil es dir hilft, in wahrhaftig tiefe Innenschau zu gehen, zu verstehen, wer du bist, eine neue Identität von dir selbst zu erfahren, ja, auch zu fühlen in dir selbst, abzutasten in dir selbst, wer bin ich denn eigentlich? Und auch aufrichtigerweise diese Frage, dir immer wieder so lange zu stellen, bis du dich neu selbst gefunden hast oder auch neu selbst erfunden hast. Mit dem abnehmenden Mond sehe ich auch, dass wir ganz tief in dein Unterbewusstsein eintauchen werden und dort auch so, wie als würdest du mit einem Arm von dir in einen ganz dunklen Moorsee eintauchen und dort vielleicht so ein bisschen auf dem Grund spüren, was denn da alles so ist. Und du siehst es nicht, es ist dunkel. Ich spüre, dass hier Ängste vorhanden sind, ich spüre auch, dass viel Unbewusstsein vorhanden ist, eben vielleicht auch Unbewusstsein über die eigenen Wunden und deswegen hier auch eine raue Energie wirkt und auch wirken muss, damit diese Wunden geöffnet werden können, um wahrhaftige, tiefe Schattenarbeit vollziehen zu können. Denn der Neumond hat ja immer auch mit dem Schatten zu tun und diese Schattenarbeit ist ja auch wichtig und auch ein Bestandteil dessen, wo wir ins Licht wachsen dürfen. Kein Licht ohne Schatten. Das ist einfach die Devise hier auf der Erde und mit dem abnehmenden Mond wird dir hier auch das geschenkt, dass du den Fokus auf dich nehmen darfst. Gehe in die Stille, lausche in dich hinein, fühle dich, wenn du alleine bist. Wie fühlt sich das an? Wer bist du dann, wenn du alleine bist, wenn du nicht im Kontext mit allen anderen bist, sondern nur für dich, auf dich alleine gestellt? Also diese tiefe Selbstreflexion und das Erforschen deines eigenen Inneren ist noch sehr wichtig oder wird noch sehr wichtig sein, um, wie gesagt, ein neues Selbstbild kreieren zu können, welches dir gerecht werden kann. Und das ist nicht ein Bild, welches irgendwie so statisch ist und einen fixen Rahmen hat, sondern es ist ein veränderliches Bild, auch im Wissen darum, dass das Unterbewusste tief ist, dass das Unbewusste sowieso im Dunkeln liegt und dass du jederzeit, wenn nötig, auf diese Felder zurückgreifen kannst und daraus weitere Anteile, lichtvolle Anteile von dir aus dir selbst schöpfen darfst, auch im Sinne von, das sind Geschenke deines Selbst, an dich selbst. Das sind Geschenke deiner Seele, die dich vervollkommen möchten und dir zeigen möchten, wer du eigentlich in Wirklichkeit bist. Und dies ist ein nie aufhörender Prozess, solange wir Mensch sind. Und das ist etwas ganz Wunderbares und etwas sehr Schönes. Aber um das spüren zu dürfen und spüren zu können, also auch diesen Akt der Gnade, wirklich tiefe Innenschau betreiben zu können, ist nur möglich, wenn du dich vielleicht auch hier mit dem abnehmenden Mond für einen Moment auf dich selbst besinnst und schaust und spürst, wie es in dir schwingt, wie deine Schwingung ist und dieser Schwingung auch ihren Nachhall lässt, um dich selbst in dich hinein versinken lassen zu können. Wie wunderbar ist das denn? Also wirklich genährt aus deinem eigenen Sein. Und wir schauen hier noch, welcher Edelstein für dich kommt. Das ist der Peridot Lektionen fürs Leben. Sie können aus wiederkehrenden negativen Mustern ausbrechen, indem sie ihre Leere daraus ziehen und davon profitieren. Ja, es hat wirklich mit diesem Bild zu tun von deiner Energie. Ich sehe wirklich dein energetisches Aura-Bild und wie sich dieses Aura-Bild verändert, indem du dich veränderst, indem du wahrhaftig tiefe Innenschau betreibst und dadurch dich selber neu erkennst. Tiefe Selbsterkenntnis ist es hier angesagt. Und durch diese tiefe Selbsterkenntnis kann ich sehen, wie deine Aura unterschiedliche Farben und Nuancen annimmt und so anfängt zu strahlen. Es ist wirklich die Intensität deines Lichtes, welches sich verändert und auf deine eigene Innenschau mit Entzücken und Freude reagieren darf. Und deswegen auch geläutert hier aus diesen Prozessen hervorgehen wird. Ich sehe und spüre hier auch sehr deutlich, dass hier sehr, sehr viel Liebe zu dir kommen wird, sehr viel Wärme auch und auch eine Öffnung deines Seins, eine Öffnung deiner Herzensthemen, deiner Herzensangelegenheiten. Und hier will ganz viel Liebe reinkommen. Hier will wirklich so ein tiefes Umschmeicheln deiner feinstofflichen Körper stattfinden. Aber das ist nur möglich oder erst dann möglich, wenn du hier mit dir in eine tiefe, tiefe Innenschau gehst. Lass uns noch auf den Kartenstapel schauen, was auf der Unterseite liegt. Und hier haben wir meinen Lieblingskönig, den König Darstäbe. Und der sagt ja auch, hey, mach vorwärts. Ja, mach vorwärts. Pack es an. Pack deine Themen an. Vielleicht brauchst du vielleicht für dich auch irgendwie noch ein bisschen eine Strategie oder eine gewisse Struktur. Da hilft er dir natürlich auch sehr gerne, dass du hier wirklich nicht mit Angst in deine eigenen Wunden hineinschauen musst, sondern mit dem Bewusstsein, dass alles Heilung ist und dass du, wenn du hineinschaust in deine eigenen Themen, bereits der erste Schritt zur Heilung beginnt, zur Bewusstwerdung beginnt. Also fürchte dich nicht hier, wenn du in die Tiefe deines eigenen Dunkels abtauchst, mit dem Neumond, mit dem abnehmenden Mond sowieso und das Dunkle durch deine eigene Perspektive darauf erhält werden darf. Das ist das große Geschenk hier von diesem Neumond, der dich in deine göttliche Kraft führen möchte und somit auch eine Ausdehnung deines Energiefeldes, deiner energetischen Schwingung herbeiführen wird. Und dabei wünsche ich dir viel Mut und vor allem auch Durchsetzungskraft und Energie, dass du diese Prozesse für dich vollziehen kannst. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020